Ich werde nicht von Schokomehl dafür bezahlt. Lieber Markus, ich bin dein größter Fan. Ich folge dir schon ewig auf YouTube und gucke jedes deiner Videos. Ich hoffe dir, mit diesen beiden Eimern eine Freude zu machen. Und freue mich auf das Video. Bis dahin, dein Wann-Profi Andreas. Oh, wie süß. Okay, ich gebe zu, das habe ich mir nur ausgedacht. Was ich mir nicht ausgedacht habe, ist die Tatsache, dass diese beiden Eimer tatsächlich heute angekommen sind vom Andreas Neufeld, dem Wann-Profi. Den dürft ihr gerne auf seinem Instagram-Account mal besuchen oder auf seinem YouTube-Account. Diese beiden Eimer spielen in einer der nächsten Videos eine sehr, sehr große Rolle. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und vor allem auf das Ergebnis in der Zeit dürft ihr mal raten, was denn da überhaupt drin ist. Worum es sich dann in diesem Video gehen soll. Ich freue mich jetzt noch ein bisschen weiter. Wie gesagt, Grüße gehen raus zum Andreas Neufeld, dem Wann-Profi. Und euch noch weiterhin einen schönen Tag.